Hallo Freunde, meine Sonneblume sind gewachsen und sie sind noch aufmessen. Die Größe ist 1,55 Meter. Die sind schon 1,55 Meter gewachsen, die Sonneblume. Die haben es bis jetzt gut gemacht. Sieht bis jetzt gut aus. Man sieht auch hier die kleine Blüteansatz. Die Sonneblume geht nicht mehr lang, da fangen sie an zu blühen. Die einzige ist 1,50 Meter und die andere, keine Ahnung, 32 Sonneblumen habe ich eingesät bis jetzt. Bis jetzt sind alle gekommen. Das ist die kleinste und die hat 1,56 Zentimeter. Ich halte euch laufend dann, wenn die Sonneblume anfangen zu blühen. Und jetzt geht es an den Kürbis. Bis gleich. Auch hier sieht man den Kürbis. Ich bin zufrieden. Die ist ja auch schön. Man sieht hier, dass sie gut gewachsen sind. Die wachsen auch viele Blüte. Die wachsen viel schnell. Die ist gerade zu. Nebendran selber kleine, auch hier. Die sind ab dem ist erfangs blühen. Die sind jetzt auch am wachsen und blühen. Aber leider haben wir hier. Die Knastler sind zu. Aber wenn sie aufsehen, sieht es schöner aus. Der dauert nicht mehr lang, bis die Blüte auf ist. Sieht auch hier, wie sie sie toll machen. Sieht echt gut. Ich bin zufrieden. Von den Kerstinnen bekommen haben. Sieht man auch hier die Blüte. Er macht sich langsam. Letztes Mal war er mitgekrieg. Aber jetzt hat er hier viele Blüte. Kleines Bambus. Kürbisse. Sie sind gewachsen. Wenn euch das nicht gefallen hat. Daumen nach oben. Eure Michi. Ciao. Bis nächstes Mal. Abonnieren kostenlos. Ciao. Bis nächstes Mal. Bye. 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 Bye.